Die Runde geht los. Hallo. Hi. Hi. Und... Jo. Dann hoffen wir mal, kriegen wir irgendwas hin. Sind nicht die gleichen Gegner, oder? Nein. Nicht, okay. Die Gegner waren... Die Gegner waren davor richtig geil. Smarty? Smarty? Wo wolltest du das? Oh man. Ich bin jetzt im Tor. Was anderes kann ich nicht. Bist du gut im Tor? Ich glaube nicht, Eli. Weil du hast vorhin einen Tor gemacht. Wo du einmal im Tor warst. Jungs. Ey. Also das war... Das war mein Internet. Das wisst ihr alles. Das wisst ihr alle. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Sorry, sorry. Ja, ja. Ihr wisst doch. Jetzt... Ich erkennt mich doch. Ich würde ja niemals einen Tor machen. Oh mein Gott. Ah. Oh. Oh. Habt ihr diese Parade gesehen? Die schafft niemand anderes auf der Welt. Ja, man. Das glaube ich halt wirklich. Jeder will den Ball immerhin treffen. Deswegen, ja. Oh, Schitz. Verzögerung. Geh weg. Oh, krass. Martin. Jürgen, ich bin zwei Zitter neben dem Ball. Ich treffe ihn nicht. Martin. Das war ein Eigentor von ihm. Ich wohne weggepaut. Ich hab's gesehen. War ein Eigentor. War ein Eigentor von ihm. Nein, ich wohne weg. Ich hab's doch gesehen. Guck. Guck. Guck, wie hier unten ist. Guck, wie hier unten ist. Das war ein Eigentor. Das war ein Eigentor. Oh mein Gott. Das war ein Eigentor. War ein Eigentor. Du hast die Cane geteilt. Du hast die Cane geteilt. Ach, sie macht die Cane. Sei still. Komm, Minecraft 101, dann kannst du sagen, dass ich die Cane geteilt habe. Alter, der ist in einem viergegen Spiel. Der kommt immerhin so mit seinem Bedrock Edition. Oh, ich hab kein Boost. Stimmt. Mal krasse Vorlage. Smarty. Smarty. Ich brauche Boost. Brauchst kein Boost, du bist Torwart. Da braucht man schon ein bisschen Boost. Smarty, 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 Smarty. Alter, ich verstehe nicht, was der Ball manchmal macht. Junge, Evan, klau mir noch nicht den Boost. Ja, da ist noch Boost. Danke. Smarty, los. Alter, du musst fliegen, okay? Ja, ich hab's noch mehr. Ich werde mich jetzt nicht bessern, okay? Endlich hab ich mal Boost. Ah. Smarty, los. Fliege und Sieg, fliege und Sieg, fliege. Smarty, Smarty, Smarty. Ja. Ich bin der beste Torwart. Hab ich gerade so gesehen. Egal, was ich mach, es bringt unserem Team nichts. Es ist ein 2-3. Nee. 4 gegen 2. Es ist ein minus 1. Äh. Ey. Ja, mein Internet war eh so, warte ich. Es ist mir richtig, los, mach was. Hört man mich, hört man mich wieder? Hallo? Mein Internet war gerade weg. Ja, man hat's gehört. Man hat gehört, dass das Internet gerade weg war. Mein Internet war gerade schlecht. Guck. Nee, nee, nee. Ja, ja, gerade hat das Internet sich wieder gebessert, gell? Ja, hört man mich wieder? Ja, man hört sich wieder. Mein Internet war gerade ganz, ganz, ganz schlecht. Okay. Einfach beim Fliegen so abuse, man kommt so 0 hoch. Ich hab so einen Tratzen im Hals. Hä, wegen dem Rrrr, Alter? Rrrr. Hä, was für Rrrr. Ah ja, stimmt, das war ja dein Internet, sorry. Habe ich mich dann so angehört? Ja, ich hab's einfach nicht. Nicht so lecker. Oh, schoing. Mein Tor. Mehr Mann. Ja. Ich hab den Ball, glaub man, noch nicht einmal in der Runde berührt. Doch, so 16 Punkte. Oh mein. Der absolute Thro. Okay. Den hab ich. Oh, der Flug. Der war krass. Musst ihr zuhören. Den hätt ich auch geschafft. Oh. No way. Der fang. Oh mein Gott. Das war geplant. Flieg und Sieg. Alter Elias, guck mal, wie ich ihn gefaked hab. Deswegen hat er das Eigentor gemacht. Guck ihn dir an. Oh, oh, der arme. Oh, und was macht da das Marty? Ich bin besser als Ohr. Hals. Also schreiben muss man noch lernen. Habe ich verbessert. Ba. Ey, Internet. So hat sich das Internet auch bei dir angehört. Ach, außerdem hört man mich wieder. Ich hab ne Frage. Also das war ne Frage. Okay. Wegen Internet, ne? Ja, ja, das war auch grad wieder weg. Ja, der Bot hat grad Pinch gemacht. Bei einer, den in die Wand geboxt hat, alter. Jetzt flip, flip, reset. Ah. Oha. Das Meriti ist geflogen. Ja. Äh. Ich hab was geschafft, was ich sonst... Ich bumm jetzt einfach irgendwie. Mach das. Aber du darfst nicht mehr euch eben bumpen. Na, oha, hat dir der Bot jetzt eins gemacht? Ja, dann wirst du gebannt. Nein, du darfst nicht mehr. Hä, echt? Ja, doch, das gab's doch, oder? Äh, das ist aber, wenn man zu oft dämmen muss. Ja, meinte ich. Ja. Oha, ich hab's noch gebannt. Oh mein Gott, vom Bot. Ja, äh, bamten ist okay. Na, das hört nicht so oft dämmen. Ah. Komm, ein Tor machen wir noch. Ein Tor. Nein! Nein! Das Meriti! Was macht ihr? Ja! Let's go! Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, die Runde hat gerade begonnen. Wir spielen... Oh, Leute, wir sind alle im gleichen Club. Der eine ist Chuck Norris. Wir haben jetzt schon verloren. Oh shit, oh sorry. Oh sorry. Ich hasse nicht. Los, Elias, hit ihn hier. Boom, Pinch! Ich hab ihn. Boost. Boost. Ich hab den Boost. Ich hab den Boost. Ich hab den Boost. Ja. Mach's klar. Was hast du eigentlich für'n Boost, Eben? Keine Ahnung. Ich werd die ganze Zeit gebammt. Das ist dieser Wolkenboost. Oh, okay. Ich hab so'n Blubberblasenboost. Boah, nein. Da bitte. Ich hab ihn auch zweimal. Nein! Ah, arg. Oh, mit dem Team Rot-Mais. Stell auf. Ich bin immer schwarz. Ich hab mein Preset immer noch nicht geändert, Alter. Das mit den Reifen. Die sind grün und ich hab'n rotes Auto. Okay, da komm ich dann hoch. Sieg, klick und sieg. Hallo? Ich hab' mich fast berührt. Ich hab' gedacht, ihr werdet ein Vogel. Aber ich glaub' den habt ihr nur in euren Kopf. Oh, oh. Marti. Schön. Weg damit, weg damit. Weg mit dem Leder. Oder Metall. Geht aus, was besteht der Ball eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der sieht halt übelst hart aus. Ja. Ich denk' nicht, dass ein Ball, mit dem man gegen Autos fährt, dass der hart ist. Nein, glaub' ich nicht. Warum war da keiner? Das war perfekte Vorlage. Gefaked. Please help. Oh, schweil. Marti hat einfach ein Tor gemacht. Lust. Oh mein Gott, hättest du auch einmal lassen können. Oha! Nee. Das war Evan. Jetzt. Los. Elias. Elias, los. Flieg. Los. Ja. Los, nochmal. War ich nicht. Shit. Mann. Ey. Ah. Ist doch hier. Ich. Hab ihn nicht. Warte jetzt. Warte jetzt. Oh. Der eine ist halt immer im Tor, ne? Schön. Oh nein. Na gut. Oh, hab dich einfach in die perfekte Richtung gebammt. Jo. Oh. Memo. Ja. Ich hab keinen Boost mehr. Den hast du. Ja. Ja. Smarty. Weg, 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 weg. Schön, schön. Kann mir jemand helfen? Jetzt los. Ah. Ich vertraue da ganz auf euch. Die stehen. Ja. Ich wurde halt vorhin weggebombt. Eli. Smarty. Ich bin jetzt im Tor. Was anderes kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Exteron hätte man den bekommen. Wait. Evan? Der hat auf mich drauf geschockt. Ich forderst nicht. Okay. Mann. Ich hätte mal sowas... Zwei Worte. Frisier. Und wo ist der Doppelpunkt? Digga, der Doppelpunkt juckt nicht. Der wurde entführt. Von mir. Ah. Oh. Shit. Alter. Der arme. Wer hat der Doppelpunkt? Mhm. Achso. Warum reden wir eigentlich über sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sorry. Ab jetzt werde ich jeden Ball halten. Wir müssen mit Druck spielen. Mann! Junge! Das Spiel regt manchmal so auf. Wir müssen jetzt breuten. Nö. Oh. Ach, das warst du. Ja, das war Eli. Ich werde da... Warte. Ich werde da mir jetzt jeden Ball halten. Ja. Kapper. Ja. Ja, schön. Hm. Jetzt los. Ja, Dribble. Ich habe keinen Boost. Oh. Das ist Mariti! Fahr doch raus! Alter, das braucht sehr lange, der alte Mann. Ja, warte kurz. Ja, ich... Ich habe es halt nicht mehr so. Ich bin halt... Okay, warte. Ich muss kurz weg. Ich bin halt nicht mehr so. 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 Ich bin halt nicht mehr so.